Also die Wirtschaft braucht das Thema digitale Identitäten definitiv für digitale Interaktion. Und das gilt für Menschen, das gilt für das Universum aus Internet der Dinge, das gilt für Institutionen. Und dort brauchen wir auch nicht nur Identifikation, wir brauchen sehr viel mehr, wir brauchen die ganzen verschiedenen Aspekte, die Identität ausmachen. Da gehört zum Beispiel auch meinen Uniabschluss dazu. So und beim Thema Vertrauensangebot geht es um die Frage, stellt mir der Staat einen Uniabschluss aus? Sicherlich nicht, das macht meine Uni, meinen Personalausweis aber schon. Und Letzteres wäre mir auch wichtig, auch weiterhin.